Das ist der Christoph. Christoph ist 20 Jahre alt und studiert Maschinenbau. Für sein Studium muss Christoph ziemlich viel lernen. Ein Ausgleich findet Christoph beim Kartfahren. Helm auf, Motor an und los geht's. Das klappt ja schon ganz gut. Über das Internet erfährt Christoph von der Aktion Make it your race. Ein Rennfahrer-Talentshow im Fernsehen. Klingt interessant, denkt sich Christoph. Er war schließlich schon immer eine kleine Rampensau. Lässt natürlich schon auf euer Hobby schließen. Was macht ihr? Kartfahren. Kartfahren. Ins Mikro, danke schön. Naja, das müssen wir noch üben. Aber so ein eigener Fiat 500 Abbad wäre auch super. Stimmt's, Christoph?